Im heutigen Video will ich euch berichten von einem Mindset, das manche Klienten mitbringen, wenn es um den Bereich Krankenversicherung, Berufs- und Fähigkeitsversicherung und ähnliches geht. Und zwar dieses Mindset, ja, jetzt gerade muss ich meinen Gesundheitszustand noch nicht absichern. Und das ist ein solcher Bullshit, dass ich darüber jetzt ein eigenes Video machen will. Denn ich habe einen expliziten Kundenfall, bei dem wir Ende letzten Jahres einen jungen Mann beraten haben, der gerade dabei war, eine Firma im Technologiedienstleistungsbereich zu gründen. Und ich hatte mit ihm die Ehre, weil wir seinen damaligen Arbeitgeber im Bereich betriebliche Altersvorsorge, betriebliche Krankenversicherung unterstützen, zu sprechen, schon zu diesem Thema. Und er hat sich mir dann anvertraut und gesagt, ja, er möchte irgendwann rausgehen und möchte seine eigene Unternehmung gründen und dieses Thema aufmachen. Und dann bin ich mit ihm in den Dialog und habe gemeint, hör zu, wenn du irgendwann in die private Versicherungslösung landest, möchtest, weil du dann Selbstständiger bist, dann lass uns doch jetzt schon deinen Gesundheitszustand absichern. Zu dem damaligen Zeitpunkt war er komplett gesund, alles war fein. Und er war so, ja, er weiß noch nicht, ob das Sinn ergibt, das Ganze jetzt zu machen, weil was soll ihm schon passieren? Und wir haben auf ihn eingeredet mit Einwandbehandlungstechnik und sonstiges. Ihr kennt das, ihr wisst Bescheid, ja. Aber er war nicht davon zu überzeugen, dass er für einen geringen Beitrag einen Optionstarif oder eine Anwartschaft abschließen kann, für das Thema private Krankenversicherung oder schon eine kleine Berufs- und Fähigkeitslösung zu implementieren, um später mal sein gesamtes Berufs- und Fähigkeitsrisiko auszugrenzen. Er war nicht bereit, er wollte es nicht und meinte, er meldet sich bei mir, wenn er soweit ist und auch die ausreichenden Umsätze in seiner Selbstständigkeit mit sich bringt. Gesagt, getan. Mittlerweile, jetzt ist es nicht mal ganz einen Monat her, rief er mich an, meinte, ja, hier ganz gerne würde ich jetzt in die private Krankenversicherung wechseln. Ich bin da jetzt gerade dabei, mein Unternehmen läuft ganz gut und ich zahle mir jetzt ein relativ hohes Gehalt aus und es geht mir auf den Nerv, dass ich jetzt hier so grobe Beiträge für die gesetzliche Krankenversicherung leisten muss und zahle ja auch nicht in die Rente ein durch meine selbstständige Position und deswegen würde ich ganz gerne meine Berufs- und Fähigkeitsversicherung implementieren. Gesagt, getan. Wir gehen also in die Risikoprüfung, schicken ihm eine Risikoforanfrage raus und zurückkommt, dass er so zwei, drei Monate, nachdem wir Ende letzten Jahres gesprochen hatten, sich beim Sport, beim Kreuzheben oder Deadlift so ein bisschen was mit dem Rücken gemacht hat. So ein kleiner Bandscheibenvorfall. Für ihn absolut nichts Wildes, weil er war halt zu Hause oder konnte seinem Job im Stehen nachgehen, ich weiß es nicht, ja. Auf jeden Fall hat dieser kleine Bandscheibenvorfall jetzt doch etwas größere Auswirkungen. Denn das Sehenversicherer so mittelentspannt, wenn du quasi in einem kurzen Zeitraum eine Verletzung hast in diesem Bereich, vor allem im Rückenbereich, ja. Das kann natürlich auch größere Sachen mit sich ziehen, ja. In der Berufs- und Fähigkeitsversicherung ist es ein Riesenproblem, in der Krankenversicherung muss man mal schauen, wie die ganzen Leute oder die ganzen Risikoprüfer jetzt hier an der Stelle darauf reagieren, auf diese Vorbelastung, ja. Da sind wir jetzt gerade wieder in der Risikovoranfrage aktuell und sind da ständig im Dialog mit den Risikoprüfern, um dem jungen Mann mit einem moderaten Risikozuschlag noch Versicherungsschutz gewähren zu können. Es kann halt auch sein, dass er hier einfach reihenweise Ablehnungen kassiert. Das kommt darauf an, auf schwere Grad und ähnliches, wie dieser individuelle Risikoprüfer das Ganze dann einschätzt, ja. Und deswegen, Leute, macht euch mal klar, wie dumm das ist, mit diesem Bias durch die Welt zu gehen, zu glauben, ja, weil mir bislang noch nichts passiert ist, wird mir auch in der Zukunft nichts passieren. Mir wird nie was beim Sport passieren. Ich werde nie angefahren, ja. Ich will euch jetzt hier gar nicht erzählen, was alles passieren kann, aber ihr seid nicht geschützt, nur weil ihr diesen Gewinner-Bias im Kopf habt, weil euch bislang noch nichts passiert ist. Ja, alle, die es hier schauen, die aus der Coaching-Consulting-Branche sind, die sind letztendlich in einem Alter, in dem wir noch recht viel Lebenszeit vor uns haben und in recht viel Lebenszeit gibt es auch sehr viele Möglichkeiten, dass verschiedene Fälle noch eintreten, ja. Und deswegen, macht euch klar, löscht dieses Mindset, es kann mir eh nichts passieren, denn es können Dinge passieren und es ist viel entspannter, dieses Problem einfach schon front-up mit Geld gelöst zu haben für kleine Anwartschaften, kleine Lösungen oder eben den Wechsel frühzeitig zu implementieren, frühzeitig daran zu denken, hey, ich sollte das jetzt angehen, bevor mir da in naher Zukunft irgendwie mal eine dumme kleine Missgeschick-Geschichte komplett den Weg zu diversen Versicherungslösungen verwehrt, einfach schließt und wir somit keine Möglichkeit mehr haben oder nur sehr, sehr schwer Zugang zu solchen Versicherungslösungen bekommen. Denn langfristig ist es so, dass die Statistik, oder die Statistik hier einfach zeigt, dass diverse Leistungsfälle einfach Realität sind, ja. Es wird nicht sein, dass ihr niemals was bei der Krankenversicherung einreicht. Ja, aber jetzt gerade die Beitragsanpassung, egal, es wird kommen, da werdet ihr Geld verlangen von einem Versicherer für solche Themen, ja. In der Berufsunfähigkeit ist natürlich nicht gegeben, das ist immer nur eine Risikogeschichte, aber in der Krankenversicherung 100% werdet ihr irgendwann Kosten im Bereich Zahn produzieren. 100% ist einfach Gesetz, es wird passieren. Und deswegen ist es töricht, dass man sich nicht jetzt schon mit der passenden Absicherungsstrategie auseinandersetzt, damit man später auch Zugang zu solchen Versicherungslösungen hat. Und wenn dir jetzt das Ganze klar geworden ist, dass es für dich Sinn ergibt, solchen Versicherungsschutz frühzeitig anzugehen oder die Option dafür wenigstens offen zu halten, dann ist dann der Zeit, dass wir miteinander sprechen. Und zwar kannst du dich dafür zum kostenlosen Erstgespräch eintragen, bei uns auf der Website www.financialtobi.de und in diesem kurzen 15-30-minütigen Termin finden wir heraus, wo du gerade stehst, was deine Themen sind, wo du Bedarf hast und wie wir das Ganze für dich bestmöglich implementieren, damit du langfristig mit deinem Business Wachstum skalieren kannst. In diesem Sinne freue ich mich auf deine Meldung. Wir sehen uns demnächst im neuen Video. Weiterhin gute Umsätze und bis bald.